Ich bin Lucia, ich arbeite seit 30 Jahren im Patientenservice in der Universität Klinik Walgericht. Über unsere elektronischen Menü-Wahlsysteme können wir die Patientenbestellung direkt in der Küche weiterleiten. Wir haben ein internationales Wochenmenü und ein All-A-Karte-Menü zur Verfügung. Wir haben eine Großauswahl am Essen. Uns macht es bestimmt glücklich. Wir sind eine kleine Familie und wir helfen miteinander und wir sind glücklich da alle zusammen.